Ein Mann kam einmal, oder ein Jugendlicher, zu einem von unseren Schuyuch und er sagte zu ihm, Herr Scheich, ich verstehe nicht, warum bei mir im Leben alles schief läuft. Dann sagte der Scheich, was hast du für eine Antwort da drauf? Er sagte, schau mal, Herr Scheich, ich bete alle meine Gebete, meine Sonnen, ich bete in der Nacht, ich spende, ich lasse nichts Gutes aus, außer dass ich es tue. Aber ich verstehe das nicht, nichts kriege ich auf die Reihe. Er sagt, das ist ein Problem, dass du deine Taten sozusagen als Argument gegen Allah nehmen willst. Und du hast gar keine Taten. Was sind deine Taten? Wer hat dir gesagt, dass sie überhaupt angenommen werden von Allah? Wer hat dir gesagt, dass du selber diese Taten von deiner Kraft aus ausgeführt hast? Allah Azzawajal sagt, höre diese Ayah in Surat At-Takwir. Ihr könnt nicht wollen, wenn Allah nicht will. Wenn Allah nicht will, machst du gar keine Tat. Und dann verhilft Allah dir zu einer Tat und du wirst eingebildet mit dieser Tat. Er denkt, dass er durch seine Religiosität ein Sonderricht bei Allah Azzawajal hat. Subhanahu wa ta'ala. Schaut mal der Schaitan. Dieser Mann macht den Befehl. Dieser Muslim, der religiös ist, macht den Befehl. Aber er überschreitet die Grenzen. Und Ibn al-Qayyim, rahimu wa ta'ala, rahmatan wasi'a, sagte, dass du deine Grenzen verletzt in der Gehorsamkeit, ist schlimmer, als dass du deine Grenzen verletzt in deiner Sündhaftigkeit. Allahu akbar. Abu al-Baraa, erkläre uns das. Eine Person, er betet, er fastet, er gefällt sich. Und wenn andere Leute ihn auf seine Taten ansprechen, sagen, ist doch klar, nenn mich scher. Ihm gefallen seine Taten. Der Sünder, er ist munkassir, er ist gebrochen, zerbrochen. Er sagt, möge Allah mir vergeben. Dieser ist besser bei Allah, weil er einsieht, dass er munkassir ist, dass er nachlässig ist gegenüber Allah, als der andere, der die Grenzen der Gehorsamkeit verletzt. Warum? Weil er sieht sich besser als die anderen.